Grüß euch, Madeger hier. Ich habe etliche Beschwörungen, 49 im Kostümportal offen. Und für die, die meine Vorstellung von den neuen Kostümen nicht gesehen haben, ich will auf jeden Fall versuchen, die, also Karil hätte ich gern, ich würde ganz gern Riga ziehen. Es gibt aber auch andere Viersternkostüme und falls Liana um die Ecke kommt, würde ich mich auch freuen. Ich werde auf jeden Fall eben solche Münzen benutzen und ich habe gewartet bis heute, weil ja, das habe ich damals schon angekündigt, das ist ungefähr, seit drei Tagen weiß man das, dass ein neuer Geheimheld draußen ist. Ein Name, das habe ich mir noch gar nicht angeschaut, Zawinia. Spannender Name. Und es war jetzt gar nicht so leicht, ihn zu finden, also ich werde ein bisschen über ihn reden. Und zwar war nämlich heute schon am Vormittag einer der üblichen Verdächtigen oder der Verdächtigste überhaupt vielleicht. Quinn hatte heute am Vormittag auf der 3 und auf der 5 schon eine doppelt gepragte, vollgemaxte Zawinia stehen. Warum er immer hat das wieder rausgegeben. Keine Ahnung, was der Grund ist, ob er nicht sagen will, dass er, was er umgekehrt in der Früh aus auch sagen will. Das heißt, ich habe jetzt gefunden, dass dieser Spieler, Gen, Gen, wer immer, Japaner, der auch einer der gern Beschwörer ist, sage ich einmal, das sieht man immer an den Helden, dass der eben auch eine Zawinia da schon stehen hat. Und jetzt schauen wir es uns an. Natürlich eine Geheimheldin mit Wahnsinn als Hauptattraktion bei ihr. Sie hat, jetzt kann ich es doch nicht anschauen, aber ich habe es vorher schon gesehen, die Stats sind eine minimale Spur niedriger als sonst bei den neuesten Helden. Jetzt ist es fast ein bisschen komisch, dass so ein ganz aktueller, also die anderen Helden, die jetzt ganz frisch rauskommen, sind als Spur niedriger. Aber trotzdem natürlich sauhohe Stats. Sie ist schnell, fügt dem Ziel 450% Schaden zu und dann verursacht sie zusätzlich 150% Schaden für so viele zufällige Gegner, wie sich Naturspielsteine auf dem Spielbrett befinden. Bis zu einem Maximum von 12 Treffern. Der Schaden wird bei jedem weiteren Treffer verringert. Das weitere mit Wahnsinn schauen wir uns da nachher an. Jetzt geht es einmal rein um den Schaden, den dieses Special da verursacht. Ich habe mir angeschaut, wie das mit Farrar ausschaut, die ja quasi das gleiche Special hat. Bei Farrar sind es am Anfang 500% Schaden, also ein bisschen mehr. Und der weitere Schaden hat 200% und der nimmt dann ab mit der, also genauso von Treffer zu Treffer und auch bis zu 12. Auf den ersten Blick jetzt würde also der Schadenswert von Farrar höher wirken. Dem ist aber nicht annähernd so, weil Farrar hat, wenn man jetzt da, also vergleichen wir jetzt bei Sabinia, wenn man die Meister-Embleme wegnimmt, hätte sie da stehen 1.441 und Farrar hat gemaxst und so weiter stehen 1.252 in der Situation. Also um 200 Punkte weniger. Und wenn man sich das ausrechnet, ich habe es jetzt nicht genau ausglichen, aber es ist nicht schwierig zu sagen, dass doch Sabinia deutlich mehr Schaden macht, aber gar nicht einmal so extrem viel mehr. Das zweite ist, dass die Äther-Bauer von Farrar dodgen ist. Das ist eher für, gerade wenn es in der Def stehen würde, nicht so schlecht. Aber natürlich für die Art Special und für die Einsätze, die bei Farrar dann, gerade bei mythischen Titanen und so, halt die entscheidenden sind, da ist da die Angriffsverstärkung besonders gut. Warum ist die für das Special besonders gut? Ja, weil es eben viele kleine Treffer gibt. Der eine große Treffer steigt nur von 4,50 auf 4,70 durch diese Angriffsverstärkung. Der erste von den kleinen steigt von 180 auf 200 und ohne dass ich jetzt weiß, genau wie klein die Treffer werden, aber würde ich einmal sagen, dass so der zehnte Treffer nur mehr irgendwas vielleicht 30% schaden macht. Und wenn man da über die 20 drauf zählt, dann werden aus den 30% auf einmal 50%. Deswegen ist so, also jeglicher Angriffsboost oder auch diese Erhöhung des Special-Schadens um so und so viel Prozent, ist ganz besonders wertvoll, wenn es viele kleine Schüsse gibt. Ich gehe jetzt gerade in meinen Account und jetzt schauen wir uns den doch jetzt in vielen Bereichen schon veralteten Bengian. Der hat ja auch das gleiche Prinzip. Da haben wir 450% Schaden und dann 130 und abnehmend für jeden Lakaien. Lakaien können bis zu 15 stehen, also er kann ein bisschen mehr Treffer machen, aber wir kennen ungefähr, wie der Schaden verteilt ist, zumindest wenn das viele von euch kennen, wie das dann beim Mr. Bengian ausschaut. Da ist eben ein richtig großer Treffer, ja, gleich wie jetzt bei Zawinia und davor auch bei Farrar. Und dann halt viele am Schluss ganz kleine Treffer, aber die profitieren halt besonders viel davon, wenn irgendwie der Angriff erhöht wird. Und da eben da schon durch die Alpha-Fähigkeit der Schaden, also der Angriff um 20% erhöht wird, das trifft sie gut. Trotzdem würde ich jetzt sagen, für ganz neuen Helden und so wie die ganzen anderen ganz neuen Helden so unterwegs sind, ist das jetzt gar nicht so brutal verglichen wie das andere. Also wenn wir nur einen anderen Vergleich machen mit Zitrusholz, jetzt bin ich ein bisschen weiter herunten, weil Zitrusholz macht, da sehen wir, fügt 380% Schaden zu und nimmt dann ab mit jedem Treffer. Bei Zitrusholz sind es bis zu 11 Treffer. Natürlich trifft Zitrusholz meistens nicht so viel und es hat viel mehr andere Fähigkeiten, es ist also ein Einbaut im Special oder das ist, sagen wir mal, viel mehr Wert durch die Mana-Reduktion. Aber rein nur, dass man eben ein Gefühl hat, wie viel Schaden das ungefähr sein könnte. Und ja, es ist halt nicht wirklich planbar, wo wie viel. Es ist bei Farrar, da geht es ja hauptsächlich darum, um dieses mega-mütische Titanenteam. Und natürlich war Farrar gut genug auch so, dass sie einmal wo in einer Dev stehen kann. Prinzipiell natürlich schon auch im Angriff, aber es ist eine Art Special, die die meisten Spiele im Angriff nicht so gern mitnehmen, weil es halt sehr zufällig ist, was passiert. Es könnten auch mehrere Treffer immer am gleichen gehen oder das kann manchmal gut, manchmal schlecht sein, je nachdem in welcher Situation. Jetzt hat Farrar, da rüben habe ich es noch offen, macht 35% Farb-Dev dann und steigt dann mit jedem Treffer für vier Züge. Farb-Dev dann, ja, natürlich teilweise gut nutzbar. Ich sage jetzt, wenn Zawinia braucht er schon noch was anderes, um halt richtig stark zu sein. Und ich hoffe ja immer bei den Geheimhelden, bin ja eigentlich der Meinung, normal bin ich sehr froh, wenn sie nicht richtig stark sind. Also ich wäre froh, wenn es jetzt ein totaler Wuschloppen wäre. Wird aber nicht so sein. Jetzt schauen wir uns an, alle getroffenen Ziele erleiden 10 Wahnsinn bei jedem Treffer. Und am Schluss noch jeder verursacht 50 Wahnsinn beim Birka, bei Zawinia selbst. Ich erkläre jetzt nicht genau, was Wahnsinn wäre. Das nicht weiß und sie nicht, aber ist natürlich eine Fähigkeit, die viele Gelegenheitsspieler gar nicht kennen, weil sie nie damit Kontakt haben. Ihr könnt mir meine verschiedenen Vorstellungen von früheren Geheimhelden anschauen. Da habe ich es ziemlich genau erklärt, worum es geht. Generell ist es natürlich gut, und das macht eh quasi jeder Geheimheld oder eh jeder, dass mehr Wahnsinn bei den anderen verursacht wird, als vielleicht beim eigenen Helden eintritt. Das passiert aber eben da jetzt nur zu einem guten Ausmaß, wenn halt genügend grüne Steine dastehen. Und wenn ich mir das so überlege, für einen Angriff ist das halt nicht sehr ideal, weil wenn ich im Angriff so ein Helden spiele, wenn ich grün spiele, und nachdem ich sieben bis acht grüne Steine schon gekriegt habe, oder in der Praxis jetzt mit den Fünf-Stern-Truppen, sind sie oft da neun Steine, die ich brauche. Wenn ich neun Steine gespielt habe, dann ist es ja nicht unbedingt oft so, dass noch viele grüne Steine an Bord liegen. Und wenn aber viele grüne Steine dann nur an Bord liegen, dann wäre ich ja wohl hoffentlich sowieso gewinnen, wenn ich grün als Angriffsfarbe habe. Das heißt, interessant sind die Situationen, in denen eigentlich dann nur mehr wenig Grüne, wo ich halt darauf hinspiele, dass ich halt Zawinia geladen habe, und dann liegen halt meistens vielleicht nur mehr drei, vier Steine herum. Ein paar sind schon meistens irgendwo verstreut, oder die nachrücken. Oder vielleicht fünf. Und das sind da natürlich nicht so viele Treffer. Und während vielleicht der Schaden gar nicht so wichtig ist, das wird aber auch bedeuten, dass da vielleicht nur 50, 60 Wahnsinn verteilt wird. Und deswegen glaube ich, für einen Angriff ist das nicht so ideal. Ich möchte jetzt, weil ich gesagt habe, es ist schön, wenn mehr Wahnsinn beim Gegner verursacht wird, als man selbst an Wahnsinn erleidet. Das möchte ich jetzt nicht zu stark gewichten, weil bei vielen Helden ist es so, dass in der Praxis von diesen Wahnsinnshelden, dass es reicht, dass er einmal auslöst, und der braucht gar nicht noch einmal auslösen. Also ich spiele mit Dolores, der einen Wahnsinnsheldin, die ich gezogen habe. Und da ist es meistens, falls ich ein zweites Mal sie laden könnte, ist es nicht mehr notwendig, ob ich sie jetzt auslöse oder nicht. Und wenn, dann kann ich auch probieren. Jedes zweite Mal funktioniert es ja trotzdem, dass es Special auf meiner Seite zündet. Also das möchte ich nicht überbewerten. Aber wenn nur 50 Wahnsinn zufällig verteilt ist, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass im Schnitt fünf Schüsse noch abgehen, wobei sowas formuliert ist, würde ich hoffentlich der erste Schuss auch zählen. Also das wären dann sechs mal zehn Wahnsinn. Ist halt nicht so viel Wahnsinn bei den Gegnern unterwegs. Nichtsdestotrotz ist Wahnsinn eine saumächtige Fähigkeit. Mir wäre viel lieber, sie wäre nie vorhanden, also nie herausgekommen. Aber sie ist halt da und jetzt verglichen mit anderen. Ich finde schon, dass ich mein AdWood ist, finde ich klar besser, einfach weil man halt genau erzielen kann, wer wie wahnsinnig wird und weil halt eher verdässlicher Schaden macht. Für die DEV aber ist Savinia natürlich schon eine Option, vor allem dann, wenn die Farbe, also wenn das Team so, also die DEV so aufgestellt ist, so ausschaut, dass der Angreifer jetzt nicht unbedingt mit Grün angreifen will. Jetzt, selbst wenn er nicht mit Grün angreift, kann er immer, bevor er sich auslöst, zur Not noch ein paar Steine wegspielen. Und ich sage einmal, mehr als sieben, acht Steine sollte man sich nicht erwarten im Schnitt, selbst wenn der Gegner nicht Grün spielt. Es ist aber das schon, dadurch, dass die ersten Treffer die Ärgerin sind, es ist jetzt schon nicht harmlos. Also so wie bei Farrar auch, wenn die Kanadan über den Schaden natürlich ziemlich fest zuschlagen aus der DEV raus. Jetzt ist die Farbe für den Angreifer meistens nicht so mehr entscheidend wie früher. Es ist nicht mehr die Zeiten, wo man extra gegen einen denkt, die Gegenfarbe gespielt hat, die sind vorbei. Zumindest im vorderen Bereich. Aber trotzdem gibt es halt schon, gerade Grün zum Beispiel wird, glaube ich, ja, ich kann es schwer sagen, jetzt wie es jetzt dann noch den ganzen Nerves ist, weil es ist ja natürlich, vor den Nerves ist viel Rot-Blau gespielt worden im vorderen Bereich. Die meisten für euch ja wisst ihr, welche Teams ihr so habt. Ihr könnt es vielleicht besser abschätzen in einem Bereich weiter hinten, wie mit welchen Teams angriffen wird. Aber ganz generell würde ich mal sagen, für die DEV ein solider Held für einen Angriff, eher grenzwertig interessant für einen mythischen Titanen in Blau, weil der ja keinen DEV dann akzeptiert und deshalb so ein Held, der einfach richtig viel Schaden sofort macht über das Special, dort halt richtig gut ist. Ob sie das durchsetzen kann gegen die lila Monster-Teams, ich bezweifle es ja, aber wer weiß, was bis dahin passiert. Dauert ja, ich glaube, sechs oder acht Monate bis zum nächsten Plan, ich glaube, sechs Monate, bis dahin kann einiges passieren. Also, ja, wenn ich jetzt ziehen würde, natürlich würde ich mich über Zawinia freuen und es wäre was Gutes. Ich glaube aber, es gibt noch brutalere Geheimhelden und insgesamt noch brutalere neue Helden für normale Raid-Situationen und so weiter. So, dann habe ich noch nichts gesagt, weil ich das seitdem kein Video herausgebracht habe, über das aktuelle Paktportal, die Paktbeschwerung, obwohl sie läuft sich schon ab, dann ist sie wahrscheinlich für die meisten zu spät, aber jetzt sage ich noch schnell, insgesamt, wie eigentlich fast jedes Paktportal schon eine gute Auswahl an Helden. Aus meiner persönlichen Sicht jetzt ist es so, ich habe die beiden schon, Odile und Nautica und das sind zwei da, sagen wir, spannenderen davon. Mich persönlich würden Chang'e und Zhuge Liang schon wirklich interessieren, aber nicht annähernd ausreichend, dass ich da meine paar aufgesparten Paktmünchen jetzt rausschleudern würde, weil ich ja nicht vorhabe, mir in dem Ausmaß zu kaufen in nächster Zeit in Zukunft. Dadurch sparen wir das auf für ein anderes Paktportal, was für mich halt mehr Helden gibt, die Interessanz oder vielleicht andere ganz wichtig für mich wäre und das sind zwei Helden, die zwar beide bestimmt richtig gut sind, es war auch der neue Zuge Liang natürlich auch, aber keine Übermonster. Die beiden habe ich nicht erwähnt, sind natürlich solide Helden, kann ich gar nichts dagegen sagen, beide sind gut, aber nicht so, dass sie mein Account irgendwie richtig weiterbringen würden. Deswegen reizen sie mich nicht besonders. dann schauen wir jetzt zur Beschwerung, jetzt überlege ich nur kurz, bevor ich das mache, als Abschluss Beschwerung ist immer der Schluss, jetzt schauen wir noch kurz ins Turnier rein. Es kommt Sturmangriff, gelb gesperrt, sonst gelb hat ganz wichtigen Tolle nochmal dabei für Rush den 3 Stern, der ist jetzt nicht dabei und das bewirkt auch, dass es schwieriger ist, Angriffsteams zu bauen, die mit 6 Steinen geladen sind. Natürlich gibt es Helden, es gibt manche Helden, die sind von Haus aus in 6 Steinen geladen. Das sind Kostümhelden mit 4% in der höchsten Klassenstufe. Dann jeden Helden mit 4% in der höchsten Talentstufe kann man mit Zarel auf 6 Steine bringen, aber trotzdem muss man dann das Angriffsteam schon so hinschustern, dass es so passt und manche Helden kriegt man egal was man, wie man es angehen will, nicht auf 6 Steine und ja, das ist deswegen vielleicht sogar, dass Gelb gesperrt ist, ist für den Angriff da entscheidender oder dass es schwieriger ist anzugreifen, als dass jetzt in der Dev ich jetzt mein Tolle nicht aufstellen kann. Meine Frage ist da für mich nur, also generell glaube ich, dass alle diese Devs ziemlich bösartig sein können. Die Frage für mich ist nur, stelle ich Fass als Denk auf oder nehme ich Jukka herinnen als Denk, damit ein angreifender Strauchbär halt gleich mehr ausgeschaltet ist. Ich glaube in der Variante kann ich zwar nicht so ganz brutal sofort zuschlagen sozusagen, so wie ich weiß nicht, wenn wir gleich mehr Trivils stehen würden, das ist jetzt übertrieben, aber generell glaube ich, dass die Devs schon ganz gut abschneiden sollte. Was für mich wirklich schwierig ist, ist, ich will wenig in Zukunft ausgeben, bis gut, noch habe ich nichts ausgeben seit meinen ersten so Videos, wo ich drüber jammer, was so passiert ist. Werde in Zukunft wenig ausgeben, aber was mir doch jetzt sehr weh tut, sind diese Angebote, wo große Accounts beliebig Meisterwappen kaufen können. Jetzt ist immer schon klar, beliebig ist es nicht wirklich, aber für den Bereich jetzt, wo ich sage, man könnte sich auch als kleiner Account oder als Account, der in Zukunft nicht mehr viel ausgibt, also er könnte sich darauf spezialisieren, für diese Turniere ist das halt brutal, weil es wird Spieler geben und vielleicht gar nicht so wenige, weil diesen Gedanken, so wie ich, dass ich jetzt sage, ganz vorne kann ich nicht mithalten, schauen wir halt, vielleicht geht bei 3-4 Sternbereich was, den werden ja viele haben und ich könnte nur dort, Reveal könnte drei Stufen verpassen, den anderen, das wäre es mir fast gar nicht wert, Kfas habe ich schon gesehen, da kann es nicht, da habe ich nichts und auf Zarel, da verschwende es nicht und auch bei Jukka einen, so oft setzt sich nicht ein, dass ich den da jetzt stärken wird, das heißt, ich mache mich bereit oder gefasst drauf, dass in den Devs teilweise lauter Helden auf 25 stehen werden und wenn jetzt jemand Trivill, meine Trivill sind übrigens offensiv gewappnet, weil ich sie ganz am Anfang auch bei mythischen Titanen eingesetzt habe und halt auch für Angriffe mehr Schaden, weil die Frage immer wieder kommt, wie Trivill wappnen, ich würde für die Dev, wenn ich nur einen aufstelle, würde ich den defensiv wappnen, bei mir sind beide offensiv gewappnet, wie gesagt, aus geschichtlichen Gründen, ich bin jetzt am überlegen, ob ich bis morgen noch einem eben ein paar Meisterwappen verpasse und muss man wirklich überlegen, wie ich das mache, ob ich dann einen vielleicht wirklich massiv bauen will, der schwer weggeht oder einen halt so, dass er ganz brachial zuschlägt, ich weiß es noch nicht und die Spieler, die meisten Spieler für Turniere haben glaube ich eher defensiv gewappnet und wenn da dann noch einmal zu, das ist wie gesagt offensiv wappen, defensiv, dann hält er noch viel mehr aus, hat Schadensredukzierung am Anfang, wenn dann noch 180 Dev dazukommen und 100 Lebenspunkte über die Meisterwappen, dann ist es ganz schwierig an Trivial rauszunehmen, natürlich geht es dann auch im Angriff, wenn man mit Torn und so weiter spielt, übrigens, ich habe mich bewusst gegen Torn entschieden, wird aber genauso funktionieren, dass man ein Dev mit mehreren Torns, also mit zum Beispiel zweimal Flanke Torn aufstellt, also darüber kann man schon kontrollieren, aber wenn man ein bisschen einen nicht so guten Start hat, nicht zu viele defensive Helden hat, also ich glaube, man wird aufpassen müssen, dass man, wenn man ein aggressiveres Team spielt, dass man genug Schaden machen kann, um durchzukommen und das war ja generell oft jetzt bei 3-Stern-Rush ein bisschen ein Problem für viele, dass sie vielleicht einen Kampf unter Kontrolle gehabt haben, aber nie durchgekommen sind, weil die Gegner halt zwei Heiler stehen haben und vielleicht nur einen Strauchbären oder irgendwas und sie selbst im Angriff kontrollig aufgestellt waren und vielleicht nur zwei Helden mit haben, die Schaden machen, das könnte jetzt wirklich problematisch werden, wenn die Helden alle in der DEF, zumindest die letzten, auf die man dann trifft im Laufe des Turniers, halt oft noch mehr DEF und Leben dazu haben. Okay, das wollte ich kurz herzagen, könnt ihr gerne eure Meinungen sagen, was ihr glaubt, ob ich da einen ganz brutal angriffsmäßigen oder defensiven machen sollte, nicht, dass ich mir den unbedingt dran halten würde, aber die Meinungen interessieren mich natürlich trotzdem. Dann wollte ich noch kurz sagen, ist zwar gemein, vielleicht ist jemand der Zuschauer gegen die erfahrenen Strategen im Krieg gespielt und das ist gerade natürlich völlig unfair, weil wir vier riesige Accounts haben, die nur mehr so aus, ja, weiß ich nicht, noch da sind, zu 14. Allianz sind, also wirklich vier große, gut, der M. Blond, Blank, Wanda ist gerade kurz vorbeikommen, aber große Accounts und ich würde schon sagen, noch erfahrener Strategen und das ist jedenfalls schon der Endstand, also es ist wirklich gemein, wenn man so ein kleines, also wenn man nicht auf 30 spielt, da kommen Miss Bärings raus, dass er frei ist. Und jetzt zum hoffentlich kurzen, aber vielleicht doch 49 Beschwerungen dauernden Abschluss. Worum geht's mir? Prinzipiell, die Oriana würde mich schon freuen, wobei immer mal jetzt eben schwer bei den, ich müsste die Entscheidung treffen, jetzt hauptrichtig ein ganzes Tun-Team raufzubringen, eigentlich wäre es einerseits schlau, andererseits wäre dann meine aufgesparten Allfighter los und wenn keine mehr kommen, dann wird es schwierig für eventuelle sonstige neue Helden. Ich habe noch einige Vier-Stern-Helden ausständig, die ich brauchen könnte. Jetzt schauen wir noch welche, worüber ich mich freuen würde. Ich habe gesehen, Zyprian habe ich noch gar nicht, den Stel würde zwar in den meisten Fällen eher als Doppelkostüm aufstellen, aber ich habe ihn tun noch nicht. Gormick habe ich schon, Little John habe ich noch nicht, ist mir nicht so wichtig, Rassel Koffer habe ich auch noch nicht, ist mir war nicht so wichtig, Melinda habe ich schon, ja, die habe ich schon, Lile, Kirill, ja, in Wahrheit habe ich die meisten, die immer wichtig sind, habe ich schon, Krim habe ich schon, Kaschrek habe ich nicht, aber okay, das war jetzt eigentlich ein Blödsinn, weil in Wahrheit habe ich die, die mir wichtig sind beim Viersternbereich schon, aber ich hätte halt jetzt gern den neuen Rigat und ich möchte, ich meine, das klingt jetzt noch keinem Ziel, aber es ist nur ungefähr jetzt überschlagsmäßig, so in etwa in jeder 30. Ziehung wird ein Karil drin sein und wenn ich nur 49 übrig habe, ist es nicht einmal gesagt, dass ich in der Zeit kriege. Mein Plan wäre jetzt nicht alle zu verbrauchen, nicht, also mein Plan wäre, zu beschwören, bis ich Karel habe, falls das nicht, das ist zum Beispiel schon einmal ärgerlich, weil Thürung kommt irgendwann noch mit Doppelkostüm und das wäre vielleicht eins, wo ich daran interessiert wäre. Und prinzipieller Rigat halt, naja, schauen wir mal, was sie tut. Tschau, der ist ja wenigstens neu, ich glaube, ehrlich gesagt, dass er mich nicht weiterbringt, trotzdem zumindest einmal ausgegraut. Krim habe ich bereits und ist mein einziger Tun überhaupt, glaube ich, den ich doppelt geprägt habe, egal, 3, 4, 5 Stern und ist ein cooler Tun. Kettmann ist natürlich auch insgesamt ein cooler Held. Krim ist ein sehr guter Held, aber wenn man das hat, dann bringt es natürlich ein zweiter Tun relativ wenig. Kaschrik holen noch nicht. Passt, ist jetzt auch grau im Museum, aber braucht natürlich überhaupt nicht. Ja, 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 im letzten 4 Stern Turnier, weil ich schon sage, Tuns, habe ich natürlich gesehen, es ist fast, sagen wir, überfällig, dass ich einen Sturmfang vorbereite und es tun so richtig einsatzbereit mache. Das hat mir weh dann, ich habe ihn in dem Turnier relativ schlecht abgeschnitten, war schon von der DEF her ein Problem, weil ich vergessen habe, meinen Kohlen rauszugeben. Da habe ich noch die Vorschau gemacht, so ähnlich wie heute, was ich im Turnier aufstellen werde, und ich habe gesagt, der Kohlen ist ein Platzhalter, da kommt wer andere rein, das habe ich dann vergessen. Ich habe dann erfahren, bei den Gegnern, dass Sturmfang halt richtig brutal bei der Bedingung ist, weil er halt sowieso so stark ist mit Heilung, mit einem fetten Angriffsboost, der eben eben höher wird und vor allem ist er eben ein Kämpfer, dass er zwei Kämpfe dann im Laufe des Turniers verloren, einfach weil ein gut, mittig positionierter Sturmfangton wiederbelebt hat und keilt hat und ich glaube, es war nicht viel zum Turnen. Also es war ein richtig schlechtes Turnier von mir mit Defa, nämlich nur im Schnitt in D, am ersten Tag in E, am Schluss in C, aber im Schnitt in D und ich habe auch im Angriff viermal verloren. Umso komischer, überraschender fast, dass ich am Schluss in trotzdem noch knapp bei 1% war. Ich habe mir gedacht, dass ich das nicht ausgehen sollte mit der Performance, aber es kann sein, dass einfach nicht mehr so viele nachkaufen oder so, keine Ahnung. Jetzt werde ich ungeduldig. Gibt es da mein Karel? Eh nicht. Guter Ton habe ich aber schon. Morgen für die, die das noch nicht wissen, die Informationen noch nicht haben, kommt ein neuer, also genau die Belohnungen vom Pfad, von dem Pfaden hole ich mir dann auch am Schluss habe. Morgen jedenfalls kommen ja neue Pfade heraus und ein bisschen überraschend, ganz kurzfristig, jetzt gibt es andere Belohnungen und zwar ganz komisch, überhaupt keine, zumindest ist es derzeit so im Programmcode drinnen niedergeschrieben, überhaupt keine Beschwörungen, keine Farbäther, dafür mehr Alphaäther und mehr Aufstiegsmaterialien, also ganz eine komische Verteilung und ich glaube, außer für große Spieler ist es weniger interessant. Also für große Kaufer, ja da sind die Alphaäther da einfach so viel wert, dass es was Gutes ist, aber für, oder auch zum Beispiel keine Weltenergiefläschchen, die sind mir auch immer wichtig. nicht mehr dabei, werden wir schauen, das werden wir morgen spätestens übermorgen analysieren, schauen, wie viel, also wie hoch der Gegenwert meiner Meinung nach bisher war und jetzt in Zukunft ist und ja, ich glaube, dass es einige Spieler geben wird, für die der neue Pass nicht mehr ausreichend interessant ist. Ich sage jetzt, der Pass ist, es dreht sich um beide, also sowohl der Vater Tapferkeit als auch der Riesen sind gleich betroffen. gibt es mir das, was ich brauche, das ist auch blöd, weil Sonja wird auch noch einmal als Kostüm kommen, das ist dann eben schon, wenn ich das vorher beschworen habe, bevor ich das Kostüm habe, das ist eh genau, aber ich wüsste schon, wie mein, der Thun wird irgendwann kommen. So, jetzt ist Karel da, ist natürlich kein guter Outcome von der Beschwerung gewesen. Ich mache jetzt die Kiste da voll auf 40, es ist weiterhin so, dass Leander einer der Thunswerte, der man taugen wird und Riga hat ja ganz gern ein paar, hebe ich mir dann auf. Ja, passt. Riga da, jetzt, in dem Fall werde ich sogar ganz jetzt aufhören, glaube ich, es ist jetzt nicht so, dass ich komplett jubeln würde über die, es ist gar nicht, es ist toll und so, aber ich weiß nicht, ob ich es mit mir selbst vereinbaren könnte, dass ich es jetzt wirklich auf Doppelbreak und nicht doppelt geprägt wird, es mir nichts bringen. Das heißt, wir holen mal die drei Kisten, dann schauen wir uns nur die Endbelohnungen ab, also an, und ja, rein von der Qualität der Beschwerung in der Sicherheitskulung wäre es cool gewesen, einen neuen 5-Stern-Tun zu kriegen, aber die beiden Helden, die man kurzfristig da jetzt am Wichtigeren waren, waren wenigstens dabei. So, also noch Endbelohnungen, Pfad der Tapferkeit, sieben unspannende Trühl-Lines, genau, und auch keine Äther-Kristalle mehr drin, ich weiß nicht, was da los ist, es klingt für mich so, als ob es mal scheinbar etwas vorhat, ich habe die ein oder andere Idee, was das sein könnte, aber jetzt warte ich einmal, ob das wirklich so kommt, bevor ich da irgendwas sage, bevor ich mir zum Kasperl mache und was ankündige, was überhaupt nicht so ist, aber ich sage einmal, irgendeine Alternative muss dann fast kommen, wenn sie keine Farbäther Dome drin haben, irgendwo sonst, irgendein Angebot oder sonst was, wo man sich herkriegen, glaube ich fast, dass sie es einführen müssten, also nicht aus meiner Sicht, weil ich jetzt will, dass das Angebot kommt, aber aus ihrer Sicht, dass das gleichmäßig verteilt ist, oder halt irgendeinen anderen Plan, wir mal schauen, was hier ein Plan ist. So, da könnte was Gutes sein, in der linken Truhe, in der oberen Truhe, eine damals Zehnerklinge, prinzipiell ist es was Gutes, bei mir ist aber das Problem viel mehr, dass die verschiedenen Äther, Alpha, Äther, um was raufzubringen, als jetzt gerade die Viersternaufstiegsmarz, und das wird sie in Zukunft, falls ich wirklich weiterspiele, ohne viel auszugeben, wird sie das immer verstärken, das werden wahrscheinlich die meisten sagen können, die Spieler, die schon lange dabei sind, und wenig ausgeben, haben fast alle, mehr Aufstiegsmarz, als gute Helden, die sie aufsteigen lassen könnten. So, acht Riesentrohen, da werden jetzt halt, Ätherkristalle mit Glück, man kann dann Alpha, Äther drin ziehen, habe ich selbst noch nie erlebt, aber, ja, fünf, das ist ungefähr das Bessere, von den Ätherkristallen, was es gibt, jetzt habe ich es gar nicht mehr gesehen, zu schnell wegdrückt, ob das ein oder fünf war, fünf, naja, das ist ja was, da geht sich das nächste Mal, eine zehn aus, passt, und jetzt noch bitte 20, unter den Alpha, Äther dazu, das wäre, ungefähr das Bessere, was man da haben kann, oben, ja, das ist ungefähr das Schlechtere, ich glaube, schlechter als zehn geht gar nicht, so, da, der ist es abgeschlossen, mit dem verschwone ich euch jetzt, das ist nicht spannend genug, die Dinge da abzuholen, dann, schauen wir, was die Zukunft bringt, mit dem Pass und mit allem Möglichen, es haben sich so viele Spieler bei mir gemeldet, weil ich da auch wieder gesagt habe, dass man nur zu viert sind, wie gesagt, ein Gast, die weiß nicht, ob er da bleibt oder nicht, ob ich nicht zu ihnen kommen will vielleicht, es ist eh lieb die Nachfrage und manchmal sehr mutig, sage ich einmal, vorbei so ganz kleinen Allianzen und eh, also es freut mich natürlich irgendwie, dass die Nachfragen kommen, aber gleichzeitig will ich jetzt gerade mal Ruhe haben, wir sind da zwei Spieler, die darauf warten, dass der Account gesperrt wird, weil sie sich das Geld rückerstatten haben lassen und zwei Spieler, die ein bisschen überlegen, was weitergehen soll und irgendwie will ich da gerade die Ruhe haben, und es ist auch gerade lustig, einfach jeden Titanen endlich einmal normal spielen zu können, ich habe, sieht man das da, okay, kann jeder, ich habe da in dem Fall sechsmal Angriffen, so mit rechts, eigentlich nichts Besonderem, aber halt mit ein, zwei Wirbelwind pro Angriff, es ist irgendwie ganz lustig, einmal ein Produkt Titanen zu fahren, das ist nicht der Grund, warum ich da jetzt nicht aktuell wohin wechseln will, aber ich will einfach nichts überstürzen und für mich selbst Ruhe finden und mal überlegen, wo es weitergehen soll, Angebote gibt es aus jedem Bereich, wer weiß, ist ja gar nicht ganz ausgeschlossen, dass ich nicht vielleicht ganz vorn noch ein paar Wochen, wo ich mitspiele, solange mein Account das noch kann, werden wir schauen, also dann, danke für euer Interesse, Daumen nach oben und so weiter, wäre schön, tschüss. weil wir uns auch, das ist ein, das ist einfach so, das ist einfach so,